Ja, Quickman macht, ohne Scheiß, er macht irgendwie fünf Schaden oder so und seine Bumerangs machen Schaden von eins. Ja, ist mal wieder voll... Ich will ja nicht meine Taktik verraten bei dem, aber ich springe immer gerne in seine Bumerange rein. Ja, das ist eine gute Idee, wenn er mal nicht in mich reinspringt. Ja, genau, das ist das Problem. Ja. Ist halt nicht alles im Leben so einfach. Ich treffe ihn nicht, ich treffe ihn nicht, ich hab ihn doch getroffen. Darfst du endlich mal sterben? Oh, einmal noch, einmal noch, einmal noch, einmal noch, du Arsch. Oh, Mito, ich mag dich. Du hast gerade viel Energie fallen gelassen. Was? Ich hab geschossen. Ich hab geschossen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du die ganze Zeit durchsterbst. Ich sterbe auch durch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was mit dem... Wir sterben durch die ganze Nacht. Wir sterben die ganze Nacht. Die ganze... Nein, hör auf, ich mach das Lied nicht. Au. Ach, warum nehm ich denn die Waffe gegen dich? Das ist doch blöd. Ja, warum nimmst du die Waffe gegen mich? Hä? Ja, eben. Gegen... Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, weil ich die Waffe benutzt hab. Das ist... Voller Zusammenhang. Ich bin Game Over. Oh Gott. Ich komm nicht weiter. Ich... Ich nehm eine andere Stage. Scheiße, ich dachte, du hast geprobt. Ich hab auch geprobt. Ich weiß nicht, was hier raus ist heute. So, hoffentlich hab ich den Energietank. Ich glaub, du hast schon wieder das Hirn abgeschaltet, weil ich im Let's Play bin. Let's Play? Was? Was ist das? Kann man das essen? Ja. Oh, lecker. Let's Play. Hm. Ich gönne mir heute mal eins. So, geht auf einmal besser. Ich glaub, die Gemini-Man-Stage, die kann auch nicht so schlimm werden wie das gerade. Äh, Gemini-Man-Stage ist heute schön von Pech verfolgt. Wieso, bei dir auch? Hab ich doch gesagt, ich bin doch vorhin viermal gestorben. Oh, wenigstens ein Leben. So. Na komm, Rush. So geht's schneller. So. So. Und ich hol mir wieder ein E-Tank. Ja, holst du den einfach, holst du den. Jetzt hab ich eh, jetzt hab ich eh keine Chance mehr. Jetzt kann ich auch ruhig ein bisschen langsamer machen. Ach komm, nein, dann ist er langweilig. Stimmt, passt nicht. Tu wenigstens so, als ob du was kannst. Ich tu so, als ob ich was kann. Ja. Genauso wie in der Schule. Nee, dann tue ich nicht mal mehr so. Oh, nicht? Schmucke. Bin ich nur noch anwesend. Das wird man ab morgen dann wieder merken. Ach ja, hast du morgen wieder Schule, oder wie? Ja. Ja, ich hab schon länger. Ja. Hm, so. Das ist nicht. Neues Gesprächsthema muss her. Ich sterb grad. Oh. Äh, wir wollten ein neues Gesprächsthema, ich weiß. Ja, das haben wir schon die ganze Zeit, irgendwie. Äh, Gesprächsthema, 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 äh. Die Musik ist toll. In dem Spiel. Ich brauch ein E-Tank. Ich brauch ein E-Tank bei Airman. Was zum? Bist du bescheuert? You can't defeat Airman. Genau. You can't defeat Airman. Das hat der Fall. Ich kann den Text nicht weiter. Ich kann ihn auch nicht. Ich konnte es mal. Ach, ist das was? Ist das schlimm? Ja. Wir müssen jetzt auf Screen erstmal suchen, wie der Text weitergeht. Sonst wär das bescheuert. Ja, genau. Dann such du mal. Ich hab noch mehr Dissens. Das mach ich, wenn ich 5 Stunden vor dir fertig bin. Das sowieso. Ja. Dann such ich mal schnell den Airman-Tix. Du wirst 5 Stunden vor mir fertig sein. Das ist ja das Problem. Keinlich. Ich bin zwar jetzt in der Flugphase ziemlich gut. Außer ich werd sterben. In der Flugphase war ich auch gut. Was ich jetzt nicht glaube. Damit ich dich beruhigen kann. Damit du übrigens überhaupt keine Chance mehr hast, mich einzuhören. Hä? Ach, da bist du schon durch? Du weißt doch, dass ich schon... Ich sterb hier noch. Ich fäll hier noch ab. Ich wette es. Ich glaub, wenn du wüsstest, wo ich wär, dann... Dann würdest du auch nicht mehr so viel Bock haben. In den Wily-Stages, wa? Noch nicht. Gut so. Fein. Brav gesagt. Aber wer weiß, wie ich bin ich ja schon. Du willst mir damit nur das Gefühl geben, dass ich's noch drauf hab. Ja. Okay, Topman isn't useless. Part 4. Oder so. Topman isn't useless. Okay. Dann ist ja gut. Ja. Also ohne Scheiße. Ich weiß nicht, was die alle gegen die Waffe haben. Sie ist scheiße gegen normale Gegner. Aber eigentlich ist sie... In bestimmten Situationen gar nicht so schlecht. In bestimmten Situationen. Ja. Geld. Ja, mei. Und... So, was haben wir hier noch? Achso, ja, den. Ah, jetzt brauch ich wieder... Den Fritzen? Wo bist du, bei Ronald McDonald? Ja, ich bin bei Ronald McDonald. Wo weißt du das? Damn. Tut mir leid. Ich kann Gedanken lesen. Auch über Internet. Dann bin ich ja beruhigt, dass du Gedanken lesen kannst. Ja, eben. Kann nämlich nicht jeder. Ja. Ich kann sagen, du schießt gerade vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Nein, tue ich nicht. Vielleicht springst du gerade. Nein. Dann slidest du. Hab ich gerade. Ja, guck. Okay. Reicht. So, welche Waffe war nochmal gegen den? Achso, ja, ja, ja. Das war einfach. Wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich schlecht. Du bist bei... Crashman. Verdammt. Ja, ich hab nur gemerkt. Du warst in der Game-In-Event-Stage und dann liegt Crashman-Nah. Ah. Ah, ich treff nicht. Na komm. Ah, so. E-Tank mal wieder. Ach nein. Ey, das ist so failig. Und da, ich hätte nicht mal gebraucht. Ne, das ist natürlich blöd. Ja. Aber warum hab ich mir den Scheiß geholt? Das hat voll viel Zeit gekostet. Egal. Ja. Ich hab doch keine Zeit. Was heißt das? Hä? Ich hab doch keine Zeit. Du holst mich sonst ein. Ja, ich hol dich ein. Du bist mir... Nein. Musst du dich bald mal wieder einen Schnitt machen oder so? Äh, theoretisch schon, praktisch, kann ich mir noch ein bisschen Zeit lassen. Ich schneid das eh dann so zusammen und dann wären da keine 15 Minuten Parts, sondern... Na ja, da darf auch 15 Minuten Parts rauskommen am Ende, aber halt nicht auf die Art und Weise... Also du kannst es ja eh nicht nach... Nach Stages kannst du ja eh nicht schneiden. Ja. Weil wir haben ja ein bisschen unterschiedlich. Richtig. Ich bin schneller. Äh... Nur weil ich heute schlecht dran bin. Schlecht drauf. Das kann jeder sagen. Ja. Ich bin auch schlecht drauf. Ich bin auch schlecht dran. Normalerweise wäre ich schon fertig. Oh. Ja, ich aber auch. Ja. Wirklich? Wirklich? Ja, ich glaub's dir. Nicht. Oh, der ist getroffen wohl. Das war sonst immer. Am besten hättest du es gar nicht üben gebrochen, am besten. Am besten wahrscheinlich genau besser sogar. Danke, am besten da gar nicht erst das Race veranstalten. Ja, genau. Der ist dann nicht auf die scheiß Idee gekommen. Äh, ja. Ich weiß es nicht mehr. Hm, es könnte ein gewisser Herr... Bridgeman gewesen sein. Nein. Aber doch, wahrscheinlich schon. Das ist schon bei Wily irgendwo war. Ist auch nichts. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich kann es fühlen. Kein Kommentar. Hm, jetzt bin ich aber. Jetzt bin ich schneller. Also die Gimini Man Stage diesmal ging sie. Oh Gott, ich hab da voll verkackt. Jaaa. Hast du eh nicht. Wetten? Doch, ich bin da viermal gestorben. Glaub dir nicht. Ich schwör, ja mehr, ich schwör. Ich hab viermal gestorben da. Ich möchte wie du verkackt nicht. Eigentlich. In der Regel. Aber wenn man Lust drauf hat, ich verkacke auch gerne. Was? Bäm. Ich hab Ausnahmsreisen mal nicht verkackt jetzt. Nicht? Ich kann das noch. Nee, ganz ungewohnt von mir, wa? Ja. Also ich weiß gar nicht mehr, ob ich dich noch so mag. Wenn du nicht verkackst, oder? Nee. Also ich beende das Gespräch jetzt. Ah, okay. Ja, tschüss. Tschüss. Er mag mich nicht mehr, Mami. Ja, ist ja gut, Axito. Ist ja alles gut. Oh, brauchst du schon wieder neue Bindeln? Ja. Oh, schon wieder. Das sind die fünften heute. Oh, okay. Ich hab dich gesehen und hab mir in die Hose gemacht. Muhahaha. Ach. Scheiß, greift er. Oh, Ausnahmsreisen, wie dein... ...wenn ich ein bisschen besser durchkam. Hurra. Äh, durch einen Bossraum. Vor-Bossraum. Ja, genau. Vor-Bossraum. Jetzt. Ja, boah. Den kannst du. Da bin ich, komm ich voll oft perfekt durch. Ich hab's noch nie geschafft, da zu sterben. Da musst du mal Mega-Mari spielen. Das geht dort. Echt? Das geht auch bei Mega-Man 1. Ja, bei welch? Mega-Man 1. Da sind Gegner im Bossraum. Nee, ich mein, bei welchem Bossraum? Allen. Da sind immer Gegner noch davor. Ja. Ach stimmt. Oh, ja. So, jetzt mach ich hier einen ganz lustigen Trick, den wahrscheinlich so gut wie keiner kennt und eigentlich auch keine Zeit spart. Aber vielleicht einen Energietank. Hm. Was denn? Du hast schon den Devil vorbei, wach. Also. Also. Also? Wenn du ein Wort weglässt, dann passt das. Du hast den Black Devil, äh, den Devil. Black Devil, genau. Ich bin beim. Ja, Black Devil, äh. Denkst du, ich komm noch klar bei den ganzen Devils, die es gibt? Es gibt doch, wie viele Devils gibt es eigentlich? Zu viele. Ja. Ich guck da jetzt nicht nach, du willst mich nur ablenken. Okay, wir können ja mal aufzählen, na welchen, es gibt in Mega Man 1, den, welche Farbe hat der? Yellow. Auch Yellow, oder? Mega Man 3 ist ja auch gelb. Okay, dann gibt's in Mega Man 4 ist keiner, oder? In Mega Man 4 ist keiner, in Mega Man 8 ist er für jeden Fall einer. Green Devil, der ist in Mega Man und Buzz auch wieder, äh, da. Ich weiß nur, bei Mega Man 9 gibt's dann noch den Double Devil, oder wie er heißt? Äh, Twin Devil, ja. Twin Devil, ach so. Dann haben wir die Block Devil bei 10, den Black Devil bei X5. Ah, den Block Devil fand ich ja so einfach. Bei Mega Man 3 gibt's auch so eine Anspielung auf den Devil. Und bei I Wonder ViseGuy gibt's diesen Drachen. Dragon Devil, oder wie er heißt. Nee, das ist ja nur der Drache. Ja, aber der, nee, der macht ja die Attacke von dem Devil, der beamt sich ja auch so nachher. Was noch? Ja. Der ist noch eine Fusion aus den beiden, der sieht halt nur aus wie der Drache, aber. Yeah, ausnahmsweise mal, hä? Moment mal, hat das nicht normalerweise mehr Schaden gemacht? Ja. So, und wenn wir jetzt schon mal bei Sachen sind, die in jedem Mega Man sind. Guts Man! Oh, Guts Man! Bin ich dabei richtig, wenn es in jedem Mega Man Guts Man gibt? Echt? Boah. Also, ich weiß nicht. Also, in Mega Man 1 ist der Guts Man drin, ja, ist klar. In Mega Man 2 weiß ich noch nicht, wo er ist. Ach, da ist er auch noch drin? Ich weiß es nicht, da weiß ich nicht. Also, in Mega Man 3 ist er eine Form von den Gegnern in der Wily Stage. Da gibt es später so welche, die so einen Stein werfen. Achso, ja, die, ja. In Mega Man 4, was war da? Boah, das ist lange her, seitdem ich das gespielt habe. Was gab es da? Toppin isn't useless. Yeah. Warst du gerade, wo denn Mega Man 4 war? Mega Man 4, 5 und 6 kann ich gerade nicht mehr abrufen. So, in Mega Man 7 war, war als, war nur einmal ganz kurz drin. So als, ja. Dann war bei Mega Man 10 ist er noch Dings, Mittelwurst, der Kopf davon und so. Muss man mehr Mega Man spielen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo er noch so ist. In jedem Fall. Ich auch. Ich mache es auch mega, Mega Man. Ich meine, das hat so Laune gemacht, jetzt. Das hat so Laune gemacht, jetzt dieses Mega Man 3 zu üben. Ja, es hat es auch. Ach, ne. Aber jetzt, das so zu spielen, das macht keine Laune mehr. Das blamiert für mich nicht. Alter, ich hasse diesen Boss, ich weiß nicht. Ah, die Waffe. Ich hasse ihn. Weil man, man muss Glück haben, das ist unfair. Endlich, ich habe Glück und knapp geschafft. Oh Gott, er hätte so fallen können jetzt gerade. Okay. Bam. Fertig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo du bist. Das ist ja blöd. Sag mal wieder was. Hey, ich sag nichts. Ich sag nur, wo ich bin. Ich hole auf. Äh, wir müssten mal wieder einen Stopp machen. Ja, sag an. Drei, zwei, eins. Fertig. Okay. Warte. Reset. Hm. Wahrscheinlich die letzte.